herzlich willkommen zurück leute fortnite br halloween update natürlich mit alex und kundern wie angekündigt ich hole die ska ja ja land ich da ist gar nicht gut gemacht gut gelootet damit zu der lustigste grünzeug fortnite das hat echt spaß gemacht wie sieht es bei euch aus grüne shotgun spielermäßig gegner auch nix bei mir aber einer ist hier runter gekommen oder niemanden die schüsse waren in der nähe aber nicht also nicht so nah gut gemacht alex ganz mal sehen guter spieler ich bin bei mir liegt noch eine ar und eine grüne mp wenn die einer will noch irgendwo ruhe bei mir habe ich eine falle gelegt grüne mp liegt im truck moment was ist los kunran kann hier nicht bauen warum nicht weiß ich auch nicht kann ich bauen was hattest du da was blaues eine grüne mp liegt im truck immer hier liegt noch was blaues wo du drin warst shotgun nein im moment war ich da wirklich drin ich glaube hier warst du drin oder wo ist egal hast du ja mit der kiste der truck ach so aber eine mp brauche ich gar nicht besser als das was ich jetzt habe ich weiß nicht ob die irgendwie besser als irgendwas ist ich so gerne nicht das spiel auch spiele die mps nicht nice ich muss noch pistolkills leider machen das ist eigentlich so ein ding wo man suizidmissionen machen müsste bei mir ist ein spieler relativ close ich kann mich gerade noch mal verstecken ist der auf uns im weg oder bei dir da sind drei spieler und die hauen alle vor mir ab warum einer ist da also einer ist angeschossen jetzt haben sie mich bemerkt ich habe auch einen gedown das ist ein ganzes vierer team der ist rechts weg großer baum kunran ja 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 damit der nicht callt bei mir links war auch noch einer glaube ich hat noch ein schildes gebrochen bei dem beide hier beide hier oder einer müsste das sein bei alex muss auch noch einer sein ja bei mir müsste ich auch der ist down ihr habt alle wie viel sind tot sind alle tot ich habe einen ich habe noch einen ist noch nicht der von denen nicht von ok ich habe aber vier leute gesehen oben auf dem berg an dem an dem turm süd 165 grad am tower pass auf alex habe ich gedauert ist ein anderes team ist ein anderes team ich höre mich direkt mal wer ist aber gedauert da oben ja aber der wird ja wahrscheinlich gleich aufgehoben hat wer kanaten oder so ja aber ich bin ja nach hinten ist noch nicht aufgehoben worden habe ihn mal gekillt ich sehe nix lass uns wieder zurückgehen würde ich sagen da ist nämlich noch ein medikit für alex ah der hatte auch eins ich habe ich habe ich hatte eins ok ja aber medikit würde ich trotzdem mitnehmen ja ja klar haben wir gerade ein team ausgedacht ich habe bei dem ersten richtig mies veraimt da wollte ich aus der hüfte schießen aus der hüfte geht halt gar nicht als man im haus jetzt ungefähr so angestellt wie bei cs ultra low ok ich habe das medikit mal mitgenommen da liegen noch graue waffen whatever es war ein guter start war ein guter start was mit seinen freunden wollen die nicht rächen oder so ich glaube der ist woanders gegen uns das war so ein jones move das fliegt da vorne noch ist eine shotgun oder irgendwo runter keine ahnung wo ja aber irgendwo in der nähe müssen die sein der wird ja maximal so hey ihr lootet die stadt ok dann gehe ich zu dem turm da rechts oder hier rechts in der stadt guck mal hier rechts ist da riesig ist auf jeden fall in den häusern was drin gewesen ja guck mal da ist auf jeden fall kaputt gegangen da oben ja die sind auf dem dach gelandet ich gehe mal runter hier ich kann ja mal reingehen ich kann ja mal die nachbearbeitung weg machen von dem spiel ich will mal gucken ob dann das blur weg geht von der sniper hier war auf jeden fall action also hier waren schon welche drin aber wir können ja mal kurz gucken ob wir noch wen ja ne es ist kein gutes haus um zu spotten was in so einer coole drin steht leider ich mag es nicht in der meditazione zu sein kommen alle auf uns zu in pubg mag ich das hier nicht oh mach mal die nachbearbeitung raus ich glaub der blur geht raus dann von der sniper ich hab kein problem also ich find's schön so wie es ist aber mich stört das nicht ja stört auch nicht aber es ist halt angenehmer finde ich als wenn da dauernd so brillen mäßig blindheitsdings ist keine gegner hier unten ist immer eine kiste in dem haus aber der wird keine ahnung wie weit er sich auskennt kann ich die aufmachen die hättest du machen können ist aber keine mehr da die hat der eine von fünf habe ich nämlich schon für die quest ach stimmt du musst kisten aufmachen ja ich muss munitionskisten aufmachen ok muss aber mit der air kills machen hab ich nur shotgun kills gemacht ich mach fortknight ja wie viel kriegt man hier extrem viel damage wenn man angeschossen wird ja du bist halt instant tot wenn du nicht aufpasst ey vor allem wenn du das schlimmste ist wenn du kein schild hast dass dich jeder sniper instant töten kann surprise das ist ein schilddrang alles kannst du da haben wir haben nämlich ich hab ja schon was noch ne munikiste eine brauche ich noch das ist nix wieviel granaten kann man eigentlich stacken äh moment hier wurde was gebaut grad ich bin oder ne da blitzt was ne nein da ganz hinten der der dingens äh da ist der airdrop da hinten achso ok weil ich mein der grad hat irgendwas geblitzt ich will eben die kiste äh hier ist ne kiste übrigens alex warte die ist ja kannst du warte ich muss die treppe anders bauen und dann musst du den anderen boden weg machen ne das wird glaube ich nix nochmal links lang den boden weg machen jetzt den war noch nicht ich müsste die treppe umbauen dafür ok ist auf hier ist ne m4 drin und ähm munition und der airdrop leakt noch Leute ne graue wir können immer noch zum airdrop gehen jo ja ich hab schon mal zwei kisten ja ich hab schon fünf das ist gut das ist lustig dass die sowas einbauen ja da wie gesagt ich hab 5 pistol kills eigentlich ist das so ein suizidding weil am anfang macht das nur sinn hinterher nicht mehr es sei denn ich streck den mit ner air nieder und finnisch ihn mit ner pistole aber ich glaub das zählt nicht musst du killen oder downen also die frage ist was zählt davon 5 pistol eliminierungen ja dann kannst du ihn ja eigentlich downen ne ja hat einer noch die dingens im blick den airdrop nope ich seh den ballon noch ich seh den ballon noch links von mir jetzt ich nehm eben die trap hier noch mit mag fallen ach da ich seh ihn jetzt auch ok ne sniper wär mal gut ähm nein also nicht als die glaub nicht dass das als die du kannst es gerne mal öffnen aber wir werden ja noch mehr finden es ist also eigentlich schnurz wer es aufmacht nur ein bisschen aufpassen ich hätte gerne ne sniper ich hätte gerne ne ja ich kann dir eine abgeben theoretisch also ich hab ne graue halt hier liegt noch ne goldene nimm nur die goldene oder ja nimm ruhig ja ja nimm ruhig ich kann das medikit nehmen ich hab noch slots ich hab noch platz ich nicht würd die granaten mitnehmen noch ja hau rein ja ne ist maximum was ich jetzt habe 10 ist maximum ok dann nehm ich die noch mit ja meine pistole hier liegen ich würd sagen wir warten kurz auf der factory da kommen noch leute ich würd sagen wir bauen hoch und schießen nett die unterste treppe weg ok ich werfe mir granate daraus so viel wie ich hab du da jo vielleicht nicht hat er überhaupt nicht mitgemacht deswegen ist jetzt und hier oben noch aber das baue ich ab und dort ist ne das ist alex gewesen hat er am anfang gesagt ja ok lol wie klein ist das denn hier gar keine sniper dann ne ich hätte hier ne autosniper nein das ist auch keine sniper es gibt nur eine und die schießt nur einmal alle zwei minuten ja das ist sie nächste erdrop erdrop ist weit weg außer sieben zwei auch es gibt zwei der ist außerhalb der zone wollen wir den noch holen wenn halt noch gegner herkommen ja warum nicht ja erdrop erdrop ist noch weit weg ne guckst du zum richtigen es gibt zwei ich mein ne ja ich mein auch ne ja das sieht nur so aus die map ist nicht so riesig also tschubidubidubiduuu huiii was denn bei der kunden dran ey du hast ja hüften ey sag mal wieder meinen doppelteig ich flieg auf den desktop move wo ich auch nicht immer noch nicht rausgefunden habe welches programm das ist ich hatte das äh vor einer woche hatte ich das auch extrem bei warface auf einmal das passiert mir einmal am tag glaube das hat irgendwas mit n wieder zu tun holy fuck irgendwas mit n wieder zu tun ja ja wir wollen auch den airdrop wir sind noch in der zone drin wir können alle zeit der welt zum spielen nutzen Alter was da gerade alles reinkam ey wir haben viel rumgeballert einfach nur ich weiß nicht mal ob das wirklich gezielt war oh mein baum ist weg mein baum ist weg 37er schild zweimal weg von dem einen ich hab dem einen auch ein schild weggeschossen also zumindest getroffen hab ich ihn zone kommt zone ist da wow 23er schild hit wir haben jetzt den nachteil ein bisschen dass ähm vieles gras ist warum brichst du ab alex weil ich Waffe wechsel da vorsicht selber falls einer kommt die bauen sich hier hoch ich bin lieber aus Spitzhacke gegangen könnt ihr euch heilen die bauen bei mir rum ich glaube der will den airdrops ja ja holt mich ich bin erstmal heilen ich sehe keinen einzigen mehr davon doch da doch da der hat gut damage gekriegt der hat gut damage gekriegt der sind alle jetzt in das Haus da ist noch einer der hat auch nochmal damage gekriegt noch einer noch einer ne man ne man ne ne hat einer ne ahnung wo die jetzt sind ja in dem Haus dem Haus aber da waren nicht alle drin drei sind da mindestens reingekommen ja drei ja ne einen habe ich noch granaten ja ich komme also also nein nein so granaten für mich zum schießen raketenwerfer ach das dauert noch ein bisschen zu lang immer das dauert noch ein bisschen zu lang immer oh fuck rechts um uns irgendwo wir sind uns rechts beschossen holy shit das war ein nicer hit hast du ein medic hit Kunran ne nur mal da oben weg ich habe noch ein medic hit ich droppe eins ja ja die laufen weiter slaps rechts ich habe einen einer close noch einer das waren drei jetzt schießen leider die anderen wieder ich habe keine munition mehr ja guck ob die kommen die zone kommt 20 sekunden ne die läuft schon ich habe nur 24 schuss scheiße ja ich muss auch ich habe auch nur noch 16 rechts weg jo irgendwie zu den zu den dingens zu der wand rechts ich kann nicht bauen hier wieder scheiße ich habe nur 16 schuss ja komm weiter erstmal ja ja die zone ist doch schon die endzone hier oh 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 hier hoch oh nein oh nein komm hoch ja factory 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 drei leute mindestens da kann ich nichts dagegen machen jetzt ne eins was hat er kassiert ja okay so ist gut oben auf dem dach wo wir davor waren also die wir davor beschossen haben oh fuck oh gott da ist ja ein loch in der wand seid ihr weiter runter ja ich bin an der factory ich habe einen ausgenockt factory eine ausgenockt wir müssen die pushen bin ich der meinung wie gesagt factory noch eine ausgenockt ich habe einen shit gemacht Alex denkt an die hinter dir ich hab alle factory alle tot ist da noch munition ich kann gleich gerne aufteilen ich bin einmal durchgerannt komm hier runter komm hier runter na bin aufm weg bin aufm weg nein ich habe eine grüne ich habe eine falsche waffe ich will die sniper keine munition nein ja ich habe doch noch muni durchrenzhebs sollt alles auf ok ne ich habe für die AR habe ich 20 schuss gut ich habe noch 11 ok dann kann ich dir halt auch nicht mehr abgeben shotgun habe ich halt viel ja shotgun habe ich nur 60 das ist in Ordnung sniper ich kann jetzt noch hoffen dass hier in der Waffe was drin ist ja hier sind 30 schuss drin ok wo seid ihr wie gesagt bei dem gebäude bei dem wir davor waren also wo naja die die bobos da ignorieren wir doch erstmal oder du lösst wieder zum airdrop ne ne ich lauf jetzt weg das ist ein neuer airdrop da sind zwei airdrops aufeinander wo in welchem Haus direkt geradeaus ich guck in die andere Richtung vielleicht 150 wir sind dahinter der müsstest du gehittet haben ja einen habe ich der andere rennt links hinter den doppelstein hinterm stein links ich habe noch Raketen für dich der stein der stein der stein der ist dahinter der ist weiter weggelaufen ok ich brauche dann gleich für die Raketen ne der hat ein Schild keine Munition mehr oh hier links neben uns ist der airdrop nur noch aufpassen Schild äh Zone meine ich rechts von uns oh fuck it wir sind hier nicht drin Aua ja rechts von uns du hast auf mich geschossen ja rechts kommt rechts kommt einer hat nen Hit ich habe keine Raketen mehr ich muss mich bandagieren tun dann eine slow wende oder so ich habe Raketen gedroppt ja ich komme gleich hin sobald ich mich verbandagiert habe rechts eingetroffen auch schon links bauen die auf ok brauchst du Munition Alex wir können erstmal zurück wir können zurückziehen Leute und die rechts kommt wieder ja 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 ich bin erstmal zurück gezogen ich dropp die Munition setzen absetzen Alex hier Munition im Baum danke jo die haben könnt ihr hochkommen nice könnt ihr zu mir wo bist du äh dahinter uns ein bisschen die Metallfestungen in der Mitte das ist das Problem ok ich mach doch ich hab die Raketen äh ne hab die alle ich gucke äh vier stück ich dropp sie liegen hinter dir oben drauf Schüsse von links kommt gerade Hilfe habt ihr den der Raketen können die die Raketen dann ich muss mich erst fallen wieder onlinezone wir müssen gleich zum Haus ich weiß nicht ob ich noch an die Raketen rankommen ich nehme sie mit soll ich sie mitnehmen ich bin da ich bin da ich bin da weiter sniper Munition nein hab ich nicht sind nicht die letzten denk dran wir haben hier noch mehr ja rechts nur einer auf jeden Fall der rechts ist aber bei mir hinter dir hinter dir hab ich es hat nur gedauert die Falle hier direkt vor uns ist von mir nein achso ja der hat gerade geschockt als ich reingegangen bin hier dahinter wo ich hingucke da hier ist nicht von mir da muss da einer sein ich setz hier jetzt eine neue Falle rein falls sie runter kommen wo ist das scheiß Ding komm ran hier sind Steps überall hier ist Ambulition uah die Falle ist von dir von unten ne die unten ist von mir ja hier über uns direkt oh fuck über uns Alex über uns Alex über uns Alex Alex pass auf pass auf pass auf Alex ich komm runter Alex ich bin unten ich bin unten dann irgendwo nein hast du gelegt Bau ne Wand dann dahin bau ne Wand oder versuch's nochmal ja oder so komm schon die könnten auch meine die Zone ist äh nicht ganz drin auf unserer Seite hier müsste ich drin sein ach shit meine Falle ist glaube ich weg ach shit meine Falle ist glaube ich weg also die Falle die ihr hört müsste irgendeinem anderen gehören ach so ich muss mich heilen ich auch Neu die Zone hinterher nehm mir noch einer Treppe ist bei dem weg Treppe ist oben drauf ah fuck hab ich ne hat mich ich hab nichts gesehen durch die Ecke komm hier rum kommst du rum ja ich bliefe bleib so bitte bleib so bitte wir sind nicht drin wir müssen raus nein wo bist du Alex Alex heb mich auf heb mich auf das geht noch danach müssen wir links die Wand wegschießen Shotgun sonst kommen wir nicht raus ja ja direkt die Wand wegballern hinter dir im Zelt hinter dir im Zelt hinter dir im Zelt er kommt raus und weg oh Gott schade oh das war echt spannend auf jeden Fall holy shit ey was ne Runde was ein Finale alter guck dir mal den Kreis an rum das war ein echt geiles Match gewesen Leute ich hoffe diese Action hat euch auch gefallen gerne mal gerne mal Kunde und Alex vorbeischauen das bleibt wir sehen uns beim nächsten Mal wieder macht's gewissen und tschau tschut dous du Untertitelung des ZDF, 2020